hallo kannst du mal aufhören richtig aggro der typ also mal ganz im ernst er hat echt das spiel nicht kapiert ich glaube der hat echt nicht das spiel was machst du denn jo der ich glaube und er bringt ja ja also an seiner stelle ich mich auch selbst umgebracht wenn ich so einen detective in der runde hätte einen verlautschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft tätig hier auf dem eintracht.de und heute sind wir mit irgendwelchen leuten die ich überhaupt nicht kenne doch den ganz oben kenne ich und den napfel apfel kenne ich auch und ja doch dich kenne ich hallo schön dass ne eigentlich nicht schön dass du hier bist trotzdem ist mein schwert bitte bringt mich nicht um danke okay ich dachte bringt euch jetzt um schade hallo typ mit komischem gesicht ach und da ist unser lieblings apfel hat ne für ein cape nein junge hallo mich nicht was ich gehe ja nicht rein wenn der hier am knopf steht ja komm hier also ich habe gedrückt okay also ist napfel vielleicht okay ja napfel ist napfel ist der apfel tür zu bombe hoch ja also ich glaube wir haben ganz viel spaß da oben ey wie ich diese leiter kämpfe unendlichermaßen hast wie bin ich jetzt hier reingekommen ey also so ganz eins an der waffel hat er doch auch nicht warum lässt er den die creeper bei sich selbst hoch gehen äh also seine logik verstehe ich jetzt nicht so wirklich und warum geht er denn rein wenn er sieht dass auch gott also manche sind hier echt ein bisschen mehr als lost sagen sie mal wollen sie nicht mal was unternehmen der ist ziemlich aggressiv würde ich mal behaupten ja wie ein snett was ich habe eh gefühlt schon jede map 50.000 mal gespielt wird mal zeit für paar neue maps weil hier immer ähm mörder spielen am selben ort ist wird irgendwann langweilig auch wenn wir gefühlt schon 20 maps haben aber wie siehst du denn das äh hamid habibi mhm ja sag ich würde ich auch sagen richtige frechheit nur weil er jetzt detektiv ist bildet er sich was drauf ein und nimmt mir einfach das schwert weg so wenn du mich jetzt nicht äh 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 bitte bring mich nicht um äh hä also manchmal checke ich echt die leute nicht ob die mich angreifen wollen oder nicht dann kauen die mich dann rennen sie weg dann bringen sie mich um also die leute sind ja echt glaube ich ein bisschen verwirrt habe ich das gefühl wo habe ich naja ist gefakt ist nur von mein shop.de gibt es das überhaupt mein oh das gibt es sogar echt oh ey ja ganz entspannt domainpreis 6,7000 euro und 49 euro dazu netto inklusive steuern 8.098 euro 80 ja also ähm wer interesse an der domain mein shop.de hat kann dich die jetzt für ähm günstige 8100 euro erwerben ist auf jeden fall ein richtiges schnäppchen also eine bessere domain gibt es eigentlich nicht für einen shop wo man die sich genau kauft das weiß ich auch nicht ob die leute bei solchen hohen preisen ist natürlich recht billig natürlich ähm noch seriös sind ist natürlich eine andere frage aber erstmal machen wir mit cordula grüne schöne ttt runde und haben uns ganz doll lieb und hauen uns bisschen mit unseren holz äh stöcken hier auf die köppe und fliegen danach auf den stein mein schatz mein schatz testa hop hop geht auch pop ich mag pop nämlich mehr man ich glaube ich habe einen schiefer in der hand nein der ist nicht von meinem schreibtisch haben sie brot haben sie brot oh man ich liebe dieses spiel ähm äh ich glaube er hat das spiel nicht sogar ich glaube er hat das spiel nicht so richtig verstanden aber okay wenn er will dann kann er auch hey hau mich nicht hallo was stimmt denn nicht mit dem wenn er ja oh mein gott oh nein ja stimmt du warst auch noch nicht rein da hallo kannst du mal aufhören richtig aggro der typ also mal ganz im ernst er hat echt das spiel nicht kapiert ich glaube der hat echt nicht das spiel was machst du denn jo der ich glaube und er bringt oh ja also an seiner stelle hätte ich mich auch selbst umgebracht wenn ich so einen detektiv in der runde hätte ach nein warum muss ich immer mit solchen leuten spielen tschüss ach das war der detektiv bitte gehen sie weg ich vertraue ihnen nicht ähm können sie bitte den pfeil von meinem kopf nehmen das macht mich etwas nervös und sie sneaken die ganze zeit die kack hacker ja ah der panda bär ach so lost was schreibt er mir also gehe ich pc kaufen ich dachte mir so ach hero im shop also gehe ich pc kaufen dachte der rank kostet 5 euro also hole ich 5 was wie 5 schaue denn ach ne brauchen noch 2 euro nicht witzig ähm danke dass du äh diese wunderbare geschichte mit äh meine aufnahme geteilt hast die leute freuen sich sicher darüber über deine kompetentlichen geschichten tja pech gehabt ne ja wenn euch das video wenn euch das video gefallen hat lasst gerne eine positive bewertung da ansonsten sehen wir uns bei einem neuen video willst du noch was sagen steht da mein sucht mein sucht bin jetzt twitch streamer 1,3 follower joo richtig cool der typ ne ansonsten würde ich sagen sehen wir uns bei einem neuen video hau rein und schau Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal